Was ist bei viel Transparenz? Bei viel Transparenz kommt natürlich häufig auch der Wunsch auf, gegebenenfalls zu beschatten das Ganze. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die wir in unseren Zero-Systemen bieten. Zum einen eine Fenstermarkise oder vielleicht ist zum anderen auch ein RAV-Store eine Option an der Stelle. Egal für welche Beschattung Sie sich entscheiden, wir können diese Systeme natürlich wunderbar mit unseren Rahmenprofilen kombinieren. Entscheidend ist natürlich bei den Rahmenprofilen der Zero, dass die senkrechten wie auch die horizontalen Rahmen im Baukörper integriert werden. Dadurch habe ich hier einen sehr schönen Übergang, das Ganze entsprechend, wie gesagt, miteinander funktionierend aufeinander abgestimmt, bis hin zu den Bodenschienen, wo ich dann auch barrierefreiheitgemäß der DIN 18040 entsprechend realisieren kann. ... ... ...